Der Flamingo. Hallihallo und willkommen zu einem neuen bewundervollen Video. Juhu. Zerstört ihr jetzt schon mal den Like-Button für diese Aktion. Flamingo. Heute, liebe Damen und Herren, wir werden heute wieder YouTube-Kacke gucken. Ja. Auf jeden Fall werden wir uns heute drei Videos angucken. Ich reiße mich zusammen und versuche es gut wie möglich zu moderieren. Und dann legen wir mal los. Hallo, Motherfucker. Du bist brutal. Fang mir an. So, man sieht schon mal Mark Forster. Ich hab Angst. Okay, die Musik fängt schon mal komplett falsch an. Immer da, wenn wir den Arsch aufreißen. Einfach so, wir müssen scheißen. Äh, ja. Ich muss mich rücken, du wichst auf meinen Rücken. Du wichst auf meinem Rücken? Aber Mark Forster guckt auch voll ernst, als ob er das richtig ernst meint. So, tschüss, was sagt der? Tschüss. Komm, lass da hin scheißen. Komm, lass da hin scheißen. Wir fliegen weg, denn wir leben alle ab. Denn wir lieben alle. Kacke. Wir brechen aua an uns. Die Welt ist kacke. Ja, die Welt ist kacke. Auf jeden Fall sieht es sehr komisch aus, was Mark Forster da gerade abzieht. Die Welt ist kacke. So, die Welt ist kacke. Die Welt ist kacke. Immer da auf, ohne Banane. Keine Fragen, einfach ziehen. Die fallen die au... BA! Sind das Bananen? Wir sind Soß. Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken, wo dieses Gesicht kam. Ach du Scheiße. So und jetzt kommt der nächste Teil. Kogonne. Oh, ich habe gerade gedacht, wer ist das so? Irgendwann kenne ich das. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber ich kenne es irgendwo ja. Ich weiß, dir geht es dir nicht gut. Du spaßt! Genau! Pfff! Fahf! Du tanzt aus meinem Schwanz. Du willst... Pfff! Hehehehe! 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 Zeit zum Scheißen! Wirklich? Das alles sagte mir aller... Alles sagte mir aller... Aller heißt... Gott! Mal so 10 vor. Doch meistens habe ich es gehört. Doch meistens habe ich es gehört? Was? Kogon, Kogon will aus Katy Perry kommen! Pfff! Hehehehe! Was macht er da? Das sieht so falsch aus! Hehehehe! Scheiße! Ich weiß gar nicht, ob ich das gucken soll! Hehehe! Ich bin fucking ich! Hehehe! 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 Du hörst mich zu, du vollkackst! Ich scheiß auf dich! Hehehe! Hehehe! Was machst du? Mein Schwanz ist sie! Scheiße! Hehehe! Sorry! Hehehe! Hehehe! Egal wo du bist, du bleibst für immer schwul! Pff! Hehehe! Hehehe! Deutschland! Deutschland! Hehehe! 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 Ey, ich hab mal irgendwie so einen Witz gemacht in der Schule und zwar, dann hatten wir dann nämlich so einen Unfallbericht und dann habe ich mir einfach so vorgestellt, der blaue Wagen ist in so ein Fahrrad reingefahren. Es war Schlimmes passiert. Und dann hab ich mir einfach vorgestellt, dass Dolmö da drinnen sitzt. Dann so einfach, wenn die Polizei kommt, an die Scheibe klopft und sagt, so machen sie mal auf hier dann macht damit das fenster runter und sagt so ja was denn ich wollte doch nur sars geben das alles sagt mir mein ich wusste es doch mäm warum trägt mark foster eine sonnenbrille obwohl er irgendwo nirgendwo ich bin nicht ich bin nicht es war sehr witzig und jetzt schauen wir mal zum nächsten vielleicht ist es noch witziger ja keine ahnung i don't know was ist das ich liebe check 24 youtube mein auto da hat dann beim einparken so ein poller im wg der muss da was wenn ihr es verstanden habt dann schreibt es mal in die kommentare neu sei es wasser dafür dafür haben wir eine autoversicherung könnte ich einparken wie du bräuchten wir doch keine das kann man sich herauspolieren ich kläre das mit herrn lorenzo von check 24 du denkst dieser lorenzo kann dir helfen klar hat er bei der kaputten autotür auch gemacht die versicherung hat gezahlt ohne probleme welche autotür ups hallo hallo lorenzo nina hier nina berg ja die nina 1 meter 76 seitiges haar etwas über 30 na klar schicke ich ihnen fotos ja auch vom auto oh sie sind ein engel danke also so macht man das so macht frau das die besten preise und über 200 versicherungsexperten dieser frosch ich muss mir das nochmal angucken klar hat er bei der kaputten autotür auch gemacht die versicherung hat gezahlt ohne probleme welche autotür ups hallo herr lorenzo nina hier nina berg ja die nina 1 meter 76 seitiges haar etwas über 30 na klar schicke ich ihnen fotos ja vom auto oh sie sind ein engel danke ah also so macht man das so macht frau das heißt das nicht so machen das frau die besten preise und über 200 aber wieso ist dieser frosch so überdreht verstehe ich nicht versicherungsexperten jetzt nur bei check 24 deutschland so macht das frau ich hätte mir mehr gewünscht von check 24 nächstes mal das war es mal wieder mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst eine positive bewertung da ich bin dumm ich weiß für die neuen zuschauer die da sind hallo erstmal und wenn ihr noch nicht abonniert habt dann muss ich ganz ehrlich sagen wir schaffen doch wohl dass ihr einen account kriegt und ihr das auch dürft und auf jeden fall mich abonnieren können das geht ja so gar nicht diese abonnenten okay eigentlich bin ich euch sehr dankbar dass ihr mir 1000 abos gespendet habt aber wir schaffen das und zwar noch mehr als ich erwartet habe bis zum nächsten video einfach ich würde mich sehr freuen wenn ihr mich mit einem abo unterstützen würdet bis zum nächsten video